Profe Susan Achja vielleicht du kleiner stinker haha ... ja ja komm. da ist irgendwo ein Monster zwischen gewesen, ich hab's doch gesehen Siehst du? da ist doch ein Monster. Riech es doch nicht so da ist es knüsse du kleine arschgeile du arsch mit ohren ein bisschen arsch mit ohren ne du ja ja das nervt das scheint mir gerade im weg ich glaube ich dir erst mal schön auf dem glockenturm um das brett kaputt machen schön was kann man denn bei dem vogel nur anklicken weil kann alles wieder zerstören und das schild ist schon kaputt von der schmiede oder das sein soll ich glaube das sieht nicht gut aus aber ich glaube es gibt es nur drei verschiedene felder ne das mit dem katapult das das mit dem fällt das jetzt es gibt vier oder fiel ja fiel doch kann ich mit dem angreifen ne ne oh misst duf boah das ist auch eine miese karte alle haben einen sturm ja ne so ist das halt die wirst du eh gleich glatt machen ne 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 ja bereit zum ausritt ja guck hast recht die gehen mir nur auf den keks mit dem ansturm mhm so wie du mir auch auf den keks gehst nö 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 bereit zum ausritt ja guck hast selber aber zwei davon mhm ich glaube das ist deine niederlage oder und ich hab verloren na guck mal acht acht aber vorher mach ich nur das ja mir was kannst du auf die runde noch aussetzen spinnst du nö 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 vielleicht mach ich auch noch so damit es auch nicht ewig aussieht feiner ja ist klar Nö ne 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 Level 14 Kannst ne, ich sammbridرب 15 Next Na nehm man wieder den gleichen Na nehm man wieder den gleichen Kann ja nur sein Du nimmst bestem auch wieder den gleichen Die gleiche, bitteschön Ich will ja Level 15 werden Zwei Gewinne noch Hm? Boah, zwei ... Zwei Runden noch wenn ich gewinne was hab ich für scheiß Karten die nehm ich nicht, die nehm ich nicht die kann niemand drauf lassen die kann ich ja behalten, aber trotzdem hm, bringt ja auch nicht viel mehr ooooh, geil genau so ne scheiß wieder erwischt kennst du ein Blatt voller Magiekarten? sag nicht, du hast ne Zauberkarten gehört aufhand doch ok und ich weiß nicht, zählt die Münze auch als wenn du diese eine Münze da bekommst auch als Zauberkarte, dann ist auch hab ich nur Zauberkarten ich frage mich oft es tut mir leid das war ein Fehler gut gespielt danke mach ach, ich bin dran ich wundere ganz ehrlich, was mach ich denn hier? hast du fertig gedrückt oder so? ja ja, tröste dich ich kann auch nur fertig drücken ja kaum war mal war ich dran und dann hab ich gleich gebandet eben ich kann auch nix machen ohne Mala komm ich nicht weit ja, zwei Mala bräuch ich Minimum jetzt kann ich gar nix machen jetzt kann ich gar nix machen ich weiß was ach ja lalalalalalala lalalalala grüße wir haben auch manchmal echt Langeweile, ne? ja, aber so weit von ja, du mich auch jo verdammt kennst du, du bist dummen Kopf nein das geile war, du sagst verdammt ja und bei mir hat er noch nicht mal angegriffen mit der Karte ich hab ja zwei Karten davon gelegt ja, aber bei der zweiten mach ich jetzt ja, hat bei mir auch gedauert oh ja das sind die jetzt, das sind die neuen oh ja, geil, Schleckmauer ach ja, geil lalalalalala tschüss Penner aber ich glaub die Zuschauer müssen uns auch für bekloppt halten ja, guck mal auf den Wecker und besonders bei so einem Böze, was wir hier die ganze Zeit machen jetzt komm ram dein Ogerschild irgendwo anders oh ne, ne? Gurubashi, der Berserker mhm boah mhm oh geil neeeh ich hasse dich wie die Pest dann geht der mir nicht schon mal auf den Keks, alter mit dieser Superfähigkeit ne, ne? was? hast du schon wieder? ja, hm? verlägt er einen verletzten oh, toll nur weil der jetzt verletzt ist, konntest du ihn besiegen was ist... oh mhm ne, will ich aber nicht musst du aber ne man kannst du knicken ich hab glaube ich noch ein Schaf irgendwo in der Reserve trubbel, trubbel, oh ogre der Felsfäuste, der hab ich auch gleich du kannst sagen, wolltest du ein eigenes Männchen angreifen, oder wat? ne 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 ich kann schon gar nicht mehr rechnen, nicht? he 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 hat sich nix neues? ne na 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 tschüss nein, lass das der gehört zu mir dein Name an der Tür aber weiter weiß ich nicht ne 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 komm wieder ein Sportmonster na komm oh ansturm ey pfff ja, warum nicht? aber nächste Runde, ne? kann ja so machen ja, aber nächste Runde, ne? was denn? hab ich verloren? ja, Spaß aber nur minimal ja, komm du mir auch kannst du nur rocken, wo ich diese Runde aussitzen ne, da verliere ich ja he he scheiße ach komm, mach mal weißt du, was noch lustig ist? ja, ha, ha meh du mich auch der gehört zu mir wie mein Namen an der Tür hm ich hab noch nicht Level 15 erreicht ah ja noch nicht bist tof neue Runde neues Glück rühre Mana an he 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 such bretter ne, ich hatte greif der Morlocks zusammen treiben mhm mhm was denn bei dir los in der Box ich wechsle die Kehlen einfach mal so ist klar lass mich doch einfach mal so mal so ah pfff cool ja, super Karte tschüss hast du ja echt lange was gemacht eben mhm ach den Fußsoldat von Goldheiden den kenn ich ja noch gar nicht ne, ne ne ah ist nicht wahr ist nicht dein Ernst so erstmal wieder alles kaputt machen he 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 erstmal ne Karte ziehen aah mhm 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 mhm